Ursprünglich sonnig und wildromantisch. Auf Menorca erleben Sie die perfekte Symbiose von intakter Natur und traditionellem spanischen Flair. Im Gegensatz zu Mallorca hat sich der Tourismus auf Menorca sehr sanft entwickelt. Als Gast genießen Sie hier wirklich noch himmlische Ruhe. Unterhaltungszentren à la Ballermann oder auch endlos Shopping-Meilen werden Sie hier vergebens suchen. Stattdessen bietet die Insel unverbaute Traumstrände, idyllische Orte und sagenhafte Natur. 1993 wurde Menorca von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt und seitdem steht fast die Hälfte der Inselfläche unter Schutz. Einer der größten Schätze Menorcas sind zweifellos die Strände und Buchten, die alle eins gemeinsam haben, das kristallklare türkisblaue Wasser. Hier kommt jeder, ob groß oder klein, voll auf seine Kosten. Freuen Sie sich schon jetzt auf erstklassige Bade, Schnorchel, Surf oder auch Segel-Erlebnisse. Auf Menorca heißt es stets Vorteil für Sie. Da die Insel flächenmäßig kleiner als Berlin ist, erreichen Sie alle Ausflugsziele per Bus oder Auto locker in nur einer Stunde. Erkunden Sie das Landesinnere. Besuchen Sie das maurisch geprägte Ciutadea oder machen Sie einen Abstecher nach Maum. Sie werden feststellen, auf der gesamten Insel herrscht eine ausgesprochen geruhsame Atmosphäre. Und ein weiterer Pluspunkt, ganz gleich wo Sie sich auf Menorca befinden, nie ist es weit bis zum Meer. Unzählige kleine Badebuchten laden überall zum Sonnen ein. Für ruhesuchende Badeurlauber, aktive Wassersportler oder auch Wanderfreunde ist Menorca ein Paradies. Und das Beste, es liegt nur gut zwei Flugstunden von zu Hause entfernt. Bis zum nächsten Mal.